Hallo und herzlich willkommen! Hier ist Papa Oki und bei mir ist das... Dingsbooms! Heute spielen wir mal wieder eine Runde Apex Legends. Und heute werde ich den Gasmann nehmen, den Kostik. Äh, ich bin live-leitig. Wie immer, als Überraschung. Ich kann auch jemand anderen spielen. Ja, dann versuch doch mal, wenn du möchtest. Okay. Oh, die Rave. Rave. Wenn Franken ein flussbares Wort bremst. Rave. Für dich! Rave ist nicht so schwer auszusprechen. Also gut, dann starten wir doch mal. Ich weiß, ich glaube, ich habe gar kein Kinn mit Rave. Och ja, schauen wir mal. Ja. Hallo? Ist da jemand? Was sagt der Starting Server? Connecting to Match? Lies halt! Salud! Saufen! Morgens, Mittags, Abends, ich will saufen! Dingsums mit seinen Lifeline! Wir müssen da nicht. Ich nehme den Gasmann. Ich habe ihn ja noch nicht. Ich habe da doch keinen. Ich nehme den Gasmann. Schau mal die schönen Outfit an. Ja, schön. Bangalore! Das ist eine Ballerina. Keine Bangalore. Ja. Doch, ich habe einen Kill mit ihr! Doch, ich habe einen Kill mit ihr! Doch, ich habe einen Kill mit ihr! Mirage! Bestes Stimme ever von Mirage! Der Junk-Booster! Der Junk-Master! Äh, okay! Lass uns hier landen! Wir ins Gemetzel! Und dahinter ist blau! Dingsbum springt gern ins Gemetzel! Soll ich euch gegen den Klippen fahren? Nein! Nein! Geh mir bitte dahinter! Geh doch dahinter! Geh da vorne her! Man kann sich ja aufteilen! Du seid nicht so weit! Waffe! Nein! Das ist keine Waffe! Shit! Rauschen! Ach Mann! Ich bin schon wieder tot! Dann soll sich der Blitz beim Scheißen treffen! Oh! Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich wollte ganz alleine auf dem Dach! Ist wirklich geil! Immer wieder geil! Wir drei... Äh... Wir sind nur zwei? Ja, wir sind auf der anderen Seite rundheruntergekommen! Habt dich da oben alleine verrecken lassen! Ich habe Pech gehabt, wenn du da reinsprichst! Das sind immer die meisten! Einer wenn rübergegeben! Nein, nein! Oh mein Gott! Ich habe gleich 2 Nuts Ok, ja Ich hatte keinen Schild und dafür habe ich es gut getroffen, ja Ja, der andere Kroosch ist auch gleich tot Müsst du deine Schild, fällt wieder auf, ich hab keine Ich hatte noch keinen Schild, was ist das? Oh, Mann, ich hab einen Schild, du brauchst das Erste auf Es sind immer die anderen schuld, immer Ja, ich bin doch schon lange auf Start Das war wohl nix Aber seht ihr mal, wie Papa Oki immer alles anderen zuschließt Ja, selber! Jetzt! Geh auf Ready! Wer? Du warst gerade nicht mehr auf Ready, sonst da eine Party ist nicht. Ich bin im Spiel. Du bist damit auch? Ja, ich bin jetzt auch. Ich bin wieder meine Lifeline. Ich behalte nur Daten mal. Bitte sein keine Lifeline. Bitte sein keine Lifeline. Bitte sein keine Lifeline. Bitte sein... Oh! Danke Krypto, dass du die Zeit der Liebling von so vielen bist, dass ich meine Lifeline haben kann. Das dauert immer so lange, diese Vorspann. Weil jetzt du dann gleich tot bist. Der Vorspann ja länger als du spielst. Hm, ich bin Jobmaster. Wo will ich hin? Ah, da, das sind auch immer viele. Stimmt mir jemand zu, oder wollt ihr woanders hin? Mach nicht am Felsen zerschellen. Schau auf die Map, es ist nicht am Felsen. Sagt der andere auch noch ja oder nein? Yes. Ich spring erst mal später ab. Wetter. Dann mach ich nämlich wieder meine schöne, schöne Schlusslandung und... Get ready! Moving up! Echt jetzt? Ich geh da rüber, ja? Wir müssen wieder alleine sterben. Nein, wir müssen alleine sterben. Nein, wir müssen alleine sterben. Ich geh hier hin, weil sonst bist du echt am Arsch. Ach, meine Lieblingswaffen. Oh, das machen wir nicht so eine Waffe. Oh, da gibt's leckere Sachen da herum. Wie nix aus der Fläche. Ein Dreier-Rucksack, ein Dreierschild. Wir müssen, das ist wie so ein Mirage. Immer mal das Goldene haben wollen und so. Vielleicht hab ich diesmal ein Kapperschild. Oh, eine 301. Feine Waffe. Ich hab auch eine 301. Ich hab aber keinen so'n schönen Skin wie ich. Oh, man guck ihn an. Ja, schön, schön, schön. Ich sag jetzt nie, was ich sagen wollte. Oh, Spitfire oder Flatline? Wie viel hab ich von allem? Der war ja immer der Schilfe, der sich nicht verurteilt und für unzureichend. Oh! Oh, nicht Wettlang. Dann schmeißen wir doch gleich mal die... ...den Bett. Ich brauch mehr Am-O als, dass ich... Ich brauch unbedingt nen Rucksack. War doch dein, ne? Weiß doch dein, oder? Da war ein Blauer. Wett mal, ich if die noch fiff. Wo ich oben war, in dem Rondell, da ist einer in so einem Ding drin, so einem, na, sagen wir es, so ein Bleibbehälter. Ich wollte gerade sagen, so ein Bleibbehälter. Dankeschön, weil da renne ich jetzt hoch, weil ich brauche... Ich wollte da nach hinteren, in die hintere Richtung, da ist irgendeiner gewesen. Da, ein Einser. Nein, da ist auch irgendwo ein Blauer. Oh, okay. Hurra. Dankeschön. Jetzt kann ich. Ich brauche meine ganzen Granaten wieder. Meine Granaten sind ja nicht mehr da. 30 Sekunden, der Druck ist aufgehend. 30 Sekunden, der Druck ist aufgehend. 30 Sekunden, der Ring befindet sich. 30 Sekunden, der Ring befindet sich. Ja, Leute, wir haben es verstanden. 30 Sekunden. Papa Oki, dort habe ich auch schon gepinkt. Na und? Doppelt hält besser. Ich gehe immer davon aus, dass das ein Junge ist, weil ich nett bin. Juppia, jo Schweinebacke. Juppia, jo Schweinebacke. Ich habe ein Ladybacke auf meiner Airfree-over. Ach, noch recht. Hier ist ein Phoenix-Pet. Ja, die ist so weit weg. Bin faul. Kommt die? Hier schießt irgendwas. Oh Gott, das ist jetzt nicht deinem Buch. Äh, Junge, das ist danke. Ah, ich habe ihn gefunden. Brabatz. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt Richtung... Oh, da drin schießen sie schon. So hört sich das an. Die sind hinter uns. Wir müssen im Ring warten auf die, weil die müssen in den Ring. Kommt zu uns. Ich wollte gerade sagen, die kommen zu uns, weil die müssen hierher. Ja. Nee, wir gehen nicht. Die kommen gleich. Die laden nämlich gerade ihre Schilder auf. Ich höre es. Ich weiß. Okay, einer ist da. Ich war wieder zu gierig. Haben wir geschafft. Cool. Ach was. Das ist gut. Der Kollege hier. Passt so gut wie ich, oder? Sei ruhig. Ich hab doch gar nichts gesagt. Da ist der Helm da oben. Ist mir egal, jetzt komm. Warten wir, ich schau mal schauen, wo wir hin müssen für den Ring. Let's explore this way. Nein. Ach, Mann. Ich bin schon am Weg. Lalalalalala. Hier kommt der Gasmann. Oh, ich liebe die Brawler. Vor allem mit ihrem Attachment dran. Ich mag die 301. Ich hab die Flatline zwar auch noch, aber irgendwie... ... sie war bei uns. Ja, besser. Was? Das Stoff musst du voll wegfallen lassen. Dass die Leute hier zerstören. Und ich bin jetzt besperrt. Oh, scheiße! Ist oben was los? Ähm. Die haben Oster. Ne, andere Seite hab ich gepinkt. Ne, da hat was Gutes zurecht. Alter, das ist doch... Alter, das ist doch... War nichts Scherz drin, oder? Ich hasse doch... Das ist doch... Du bist dumme weiter! Ich brauche Zürcher! Nein, ich kann nicht aimen. Also das ist ja das... Das bist du! Ich mach mir doch kein Schrecken! Oh, ein Knockdown! Oh, ein Knockdown! Come on! Hallo? Kann ich hier sublen? Ja! Gehen wir rüber? Ja, können wir machen. Ich hab einen genocktaunt und der ist weg! Er sollt schon noch zerecken. Ja, wie er überlebt ihn? Wo? Was weiß ich wo? Ah ja, entschuldige. Okay, ein Knockdown! Hilfe! Auge! Nein! Hilfe! Er heilt ihn wieder und er ist fast tot! Ganz unten oder wo? Ja! Ja! Ja, weniger als 30 Sekunden! Der ist schon wieder unten! Alles gut! Alles gut! Geht euch mal! Ciao! Du hast also... Ich will ja nichts sagen, aber ich bin gerade am Arsch. Äh, ich will gerade sagen. Wir müssen uns leider streiten. Ich weiß. Ja. Hat er mich erwischt? Mit einem Schuss. Er hat eine Craver. Aber ich kann nicht mehr. Oh Mann. Die Craver ist einfach kacke. Die Craver ist gut. Einmal rausgeschaut. Oh, war ich schütt. Oh, ich war ja sehr gut. Die war hervorragend. Du bist scheiße. Ich könnte ja mal zu breit was spielen. Du kannst spielen, was du willst. Ich bin der Gasmann. Und Gasmann ist kacke. Der ist wirklich kacke. Einmal mal ein Haoki ist, der den ich spielen kann. Oh doch, aber irgendwie, weiß nicht. Bin ich heute ein bisschen lahm. Also, lahmer als sonst. Lama, drama, lama, big. Lama, 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 lama. Na gut, die waren immer besser heute. Ich bin Max. Ich bin halt alt. Obwohl, nein, es heißt ja nicht alt. Ich bin hochgelevelt. Hä? Was für gebasst denn für uns sind. Ich bin hochgelevelt. Ich bin level Funnights.net. Im Real Life bin ich auch hochgelevelt. Ja, da bist du levelt. Ich bin ziemlich alt. Oh, wieso konnte ich mir Arsch nehmen? Ich will Sonic Stimme hören. Das ist doch unfair. Der kann ja nichts sehen. Der hat ja Kleber über die Augen. Wir könnten eigentlich noch einmal rund um den Schatten. Gegen die Schatten spielen. Können wir jetzt dann auch mal machen. Obwohl, da kann man ja nicht zusammenspielen. Doch, können wir doch mal versuchen. Einfach versuchen. Ich bin der Jumpmaster. Ich weiß, und wir springen, weil du der Jumpmaster bist, dahin. Nö. Ihr ist weit genug weg. Von allem? Ja, siehst du? Der andere stimmt mir auch zu. Oh Mann, ihr seid Luschen. Wo willst du denn hinspringen? Dann sag doch, wo du hinspringen willst. Ich springe dahinter, weil es sind so viele am Schiff. Ach, warte, okay. Ach, warte. Kommt da irgendwer noch mit? Äh, ja. Äh, ich glaube... Ich nehm keine Moser und Pink in der Hand. Doch, muss ich noch. Ich bin froh, wenn ich nicht überhaupt da war. Okay, da. Oh, oh, oh. Da ist sie. Oster! Oh, okay. Ich will mal die Oster spielen. Ja, ich könnte sie irgendwann brauchen. Oh, meins. Ich hab ne, ähm, Charge-Rifle. Aber... Was ist denn das? Die da. Ach, Elektrogewehr heißt das bei mir. Wir sind hier in Deutschland. Nie, so haben wir so einen, der wegspringt. Das bin ich oder rüberspringt? Wegspringt meine ich den anderen Typ. Ach, springt er wieder in die Welt? Also, ich, ähm... Beastkeeper hier. Ich will den Beastkeeper nicht. Oh, endlich! Eine 380. Ach, nicht. Wo ist denn der? Uff, wir müssen auf jeden Fall irgendwann... Also, wir müssen ja jetzt nicht Leichen rennen, aber es ist halt einfach nur als Orientierung. Alles gut. Entschuldigung. Wir haben Zeit. Mhm, genau. Hat er ne Oster weggeschmissen? Also, R99 oder Urternator-Wapper? Ich würde die... Hm, das ist schwierig. Beides gut. Ich brauche halt ein... Den hier. Ich würde jetzt Barrel-Mod sagen, aber ich weiß halt nicht... Lauf-Mod. Wie es ist. Genau. Ich habe dir doch einen Rucksack gekickt. Ja, der war so weit weg. Der ist doch gleich hier unten drunter! Ah, jetzt ist er schon weg. Als uns das noch nicht gecheckt hat. Oh, jetzt habe ich extra das Ding angesprungen da, das Seil, und es ist trotzdem nicht hochgesprungen. Er hat sich nicht dran geklammert. Nee, geht auch nicht. Aber da... Wenn du den noch im Space-Mode bist, oder halt im... Ja, schön, dass dein Portal ist. Wir können aber gerade nichts machen. Oh, danke. Wo bist du denn? Jetzt werden aber die Socken heiß. Weil mir der gierig war auf den... Auf diesen Roboter, den fliegenden. Au, 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 au! Mir brennen die Füße! Au! Der Zug fährt in die falsche Richtung. Scheiße! Oh! Ähm... Oh, okay, das war wieder der hundertprozentige... Nein, oder? Ich habe mich vor den Zug geschmissen. Oh, nein! Scheiße! Ah, scheiße, let him be. He's gone. He jumped in front of the door. Train. 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 Let's see. End. Ach, nein, das ist echt... Es ist... Papa! Oh, he's just going to stick around, I think. Der Schaffner hat mich rausgeschmissen, er wollte mich nicht... Du bist zu weit weg, sorry dass du auf dem Zug bist. Oh Gott, Scheiße! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin so was tot, die beiden holen mich. Schmeißt du dich vor uns zu? Ich heiße dich Okie! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich hab keinen Schaben, keinen! Hat er noch irgendwas geschrieben? Oh oh. Ich muss nicht wieder sehen. Jetzt fühle ich mich unhöflich. I'm so sorry! I'm so sorry! Der legt mich grad in der Party ein. Mich auch. Ok. Eine Runde. Komm, spiel mir noch einmal. Du musst nur kurz was machen. Ich mein, das war ja echt traurig, was wir da abgeliefert haben. Sprich ich im Zug? Geil! Ich bin genau zwischen Zug und Felsen. Ich bin genau zwischen Zug und Felsen. Wacht, dann war der Okie ein Schnitzelchen da gelegen. Ich hab's bemerkt. Da bin ich nicht einmal mehr zum Wiederbeleben gekommen, sondern ich war instant tot. Das muss man auch mal gemacht haben vor den Zug schmeißen. Stimmt. Weil ich wusste, dass man tot ist. Nein! Ich kann's extremer machen. So. Ja, wir sind von Chamonix. Oh, das ist euer Champion. Woher ist er? Woher ist er? England, glaube ich. Ich will schon nachher, dass ich... Ist doch egal! Och, ich will nicht schon wieder springen. Hier, nimm! Ach ja, ich schon wieder. Wollen wir. Wir sind grün. Wir kämen. Aber alle drauf. Alle müssen da landen. Oder wollen wir woanders hin? Da zum Beispiel. Okay, nein. Okay, wir gehen da rüber. Da hinten haben... Wir wollten drei Stück landen. Da brauchen wir dann doch ein wenig zu viel. Nein! Okay. Das ist doch auch ein Witz, oder? Okay, klar. Der braucht es echt. Ah! Da ist Plan. Danke! Dann war ich nicht so... An. Dann war ich nicht so... Du Lifeline! Warum, warum verreck ich immer als Einziger? Scheiße, scheiße. Ach, weil da vor oben noch einer kommen ist, deswegen. Ach, shit. Shit. Der ist da rüber, guck der. Vogel, oder? Ist doch jetzt egal. Ah. Level 2. So, last 2. Okay. Okay. Hey, can we go to the epic center, um, so I can do my challenge? Yeah, you just... We're gonna go into the jump house, okay? Yeah. Just going to give it to you. Yeah, thanks. You're welcome. You're welcome. Es ist manchmal echt komplizier zu reden. Papa. Okay. Get ready. Hey. That's a nice name, isn't it? Ja. Er hat versucht, seinen Namen auszusprechen. Yes. Du, du kannst ja zu mir sein, wenn du... Was? Was? We can have her. Cause I need 5 headshots. Okay. Oh no, not again. That joke is old. You mean the social path or... Psychopath. Yes. He is the psychopath. Du kannst dich demnächst auf YouTube sehen. Hohoho. It is. Jetzt weiß ich was du willst. Du heilst. Also du doppelt links. Aber es macht nichts. Stört's nicht weiter. Ja, wirklich nur. Papa. Trump muss übergeben. Ja. Alles klar, Sir. Do my challenge. Yeah, you can. You guys... If you see a lot of enemies... Like... Not company to go there. It's just a game, so... I mean, if we die, then we die, so... I know, but Papa Oki maybe wants some kills. This is his last try. Ah... He doesn't want kills. He never gets one, so... He doesn't want kills. He never gets one, so... Chill. Roast him. I'm allowed to roast him, okay? If I could get a robot... If I could get a robot... That's not my bread... I would... Take three past three roasts. Let me open trains. I need to open five. You can have the loot. But let me open. Okay. Um... One more. One more. Let me open one more. Yeah, we didn't open... I didn't open any... 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 So... Oh here. There's blood and... There's like victory. Yeah, now you can. I haven't taken any loot, so that wasn't just a trick to get loot. Imagine if that was just a trick to get loot. Oh, that was really nice. I thought that was an enemy! I thought that was an enemy! Here's two... Body shield. Okay. If I don't find one, I will take one of them. Okay, if I don't find one, I will take one of them. Can I try to? Oh, you have a walkie. Oh, you have a walkie. Walkie? Yes. I have a body shield, okay. Oh, you got a good one. Okay. Oh, you got a good one. Oh, yeah. I forgot I was in Pathfinder. It's sometimes... ...really confusing. Who? No, because he's in Pathfinder... ...and he also switched. What do you want to do? I'm going to the Tresor. What you're doing is wrong. No. Do you need any ammo? No, I'm good. Do you need any? No, I don't. Do you need any? This is a hammer, so I have some ammo that I don't need. So, if you need heavy, I know you can give it to you. I'm okay. I have 120 light, so... It's okay. By the way, is that your legs? I cannot count a counter to Apex. Maybe. Maybe. What if... It would be... Okay. Okay. I don't want to shoot. Yeah. You saw him. Yeah, that's... No work. Don't shoot, we're already dead. If he has a sniper, yeah, then he would be dead in a second. Yeah, the Kraber is really good. The Kraber, yeah, it's pretty good, but... If it's in the enemy team, then it's pretty, pretty... ...bad. I want to say... I want to say... ...she's here. Okay, she's aiming at me. Okay. Oh god. I'm... ...there too! You! Yeah, oh! Shit! Ah! My fault. I thought you made an enemy. You're asking the ground. Oh, it's so useful to play with someone who's always pushing as well. You can run and get good stuff, ehm, ehm, with your VOD key. I think... There's a wrong one! ...and let's go to the VOD. ...and close the door so they don't- ... ...we can't close the door again I think, so. ... ... ... ... ... ... ... ich brauche gesundheit wir kommen ich brauche ich brauche ich brauche gesundheit ich brauche gesundheit ja Okay. Okay, you're going to die. Sorry. Sorry. Two squats. Two squats. Na gut. War wohl nichts. Dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.